Habe ich schon gesagt, hörst du mir auch einmal zu? Du bist da Wader Laser Heap Ja dann, macht mal, ich werde erstmal die ganzen Audio-Stückkosten ab holen Jo mach mal Der Wind nimmt sowieso gleich wahrscheinlich auf Ah, da ist sich verpisst Jetzt muss mir ganz passieren Gehen wir zusammen Top-Lane? Ja, warum nicht? Wir haben jetzt einen mitlein Jolo Es geht kein Jungle in diesem Spielmodus Wobei, man kann eigentlich Ranty-Jungle spielen Du weißt, ich bin scheiße in den Jungle Ne, ich bin auch scheiße in den Jungle Sagt der Kindred-Main Wir haben höchstwahrscheinlich Riven und die Lawyer auf der Top-Lane Good luck, have fun Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von League of Legends Sieht mal spielen wie ein Ultra-Rabbit-Fire Warum? Weil wir es können Tötet mich Und die bauen Damage, denn Damage ist besser als Shan So, ich hab mir ein bisschen Verteidigung für erstmal gegönnt Okay, verteidige ich mich zuerst Ah, das war mein... Ah, das war mein Elmbogen Scheiße Toll Kaum nimmst du auf... Kaum nimmst du auf, pass ich mir sowas wieder Was denn? Ich hab mich... Äh... Ich hab mein... Ich hab mein Elmbogen gerade auf... Auf... Auf meinen Tisch gelegt Und da hab ich gerade so ein richtig starkes Zucken gespürt Jetzt hast du Aids Riven 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 Alter, schau dir... Schau dir mein Kopf an Nein Was? Was? Äh... Das kann ich auch kein mitleinen Kick geholt Okay Riven ist alleine Auf sie Wie früh wir das bemerken Auf sie Hier, sag Ist noch ein Q? Stimmt ja, du kannst dich silenzen Oh, das wird sich... Nein, ich kann ja nicht silenzen Doch, hä? Doch, wir können nicht silenzen dir das ganz kurz Nein Doch, die Kugel schon Sie silenzen niemanden Die Kugeln, du merkst ein Schild Ich hätte schwören können die Kugel Hat mal jemanden gesilenced Nein, das was gesilenced hat, war leider eh Aber es ist silenced nicht mehr Oh Ja, wo waren die episch großen Zahlen? Hier, bam Hehehehe Ja, kannst du glauben Oh Oh Gott, bin ich pustet Ah, zack Ah, das sieht wirklich so aus, als würde ich sie silenzen Das sieht wirklich so aus Zack Doch, ja, ja, du silenced sie, aber das ist nur sehr, sehr kurz So kurz, dass niemand ihn interessiert Ja Guck mal, wie es hier auf die Fasse geht Du kannst nicht mehr Nerf sie richtig Äh Müsste ich... Na, da geht sie schon bei Hehehehe Jogo Ja, deiner Oder auch nicht Sven, deine Fähigkeiten raus, so gut du kannst Oh Und das geht sie weg Ah, da ist jemand Da ist jemand halbtot Wo ist der halbtot? Oh Gott, botlen Dann mit Lens, du halbtot Mit Lens halbtot Blitzcrank Ne, Blitzcrank nicht Sie haben gut deine Fähigkeiten, du bist Zack Darum Fuck Also, wenn du, wenn du viele Auffälligkeiten benutzt, dann, äh, legst man die eher auch auf, ne? Also, dass du so oft benutzen, wie du kannst Äh, das ist Earth, was macht man da wohl? Ja, wann noch mehr benutzen? Ich hab kein Flaschen, aber ich hab ja kein Flasch Ha! Killed, bitch Ich weiß noch nicht, wie jemand Riven spielt Oder zu wenig Boxboxy schaut Ruhe mich Ich find's gut, dass ich mich so hochrenke Und, tschüss Okay, raus Kein Der ist da unten Wer ist da unten? Ist doch halb tot Ah, das ist wahrscheinlich die Lowie Ja, das ist die Lowie Soll ich mitkommen? Oder soll ich hier oben bleiben? Guck mal, wie, wie mich manchmal auf Lens schlicht lässt Da ist Riven Oh ja, wieviel Lensches auf einmal gemacht hat Mit vor dem Team Oh Gott Ja, das Team ist so bad, ne? Alles klar Kommen wir nicht mehr da Das ist ekenhaft Ich hasse Riven Warum auch immer Ich kann ja fast nie gegen Riven spielen Weil du ja auch zu scheiße bist Warum ist das so predictable? Ich weiß, das ist das Problem, ey Ich bin zu dämlich dafür einfach Äh, das brauch ich denn zuerst Äh, weiter für dich Kommt an Wie viele Sekunden Cooldown hat das eigentlich? Genug 60 Sekunden ab, du Scheiße Äh, mehr manchmal das Stimmt ja, die Wards haben ja auch Cooldown Eieieiei Ja, dafür krieg ich auch noch Laserheap Rein Ja, das war voll nötig Ja, das war voll nötig Er ist Flash Juru Juru ist weg Flash Guck mal, da denkt sie kann was, ne? Nur weil sie, äh, sich nen Hammer gekauft hat Hat sich nen Hammer gekauft? Ja Soll mal, Junge Soll vor dem Ball Soll vor dem Ball Soll vor dem Ball Soll vor dem Ball Wieso willst du? Soll vor dem Ball Soll vor dem Ball Soll vor dem Ball Ich glaub ich, ich glaub ich werde jemanden Oh, das ist drin Oh, Gott Oh, du bist gekauft Idiot Ops Wie starte ich, äh Reib, raus, rein, raus Sie war Sex Reib, raus, rein, raus Why, warum, warum hat sie eigentlich äh Kornom, Dachsschen, kaufte sich dumm du bist der einzige der hier so richtig auf den nerv gehen kann ich muss immer nach angehen ja das ist auch gut so könnte eigentlich durch die map laufen und leute töten wenn ich schon so muss wieder aber jetzt kann ich die richtung auf den sack gehen ich kann sie ich kann sie denken so ich sie holten gleich obwohl das tut easy game easy life Was ist denn das? Ich mein, ich mein, ich fand mal was. Ich mein, ich fand mal was. Nö, ich bin mitlegen gekommen und hab mir nen Kill abgestaubt. Alter, guck mal, steht in 931, Alter. Also ich hab Ulti wieder. Hatte nur 22 Sekunden Cooldown. Jodo. Hab ich den Case gemacht. Den Case Freak. Ey, du bist derjenige, der gut Schaden gegen sie austeilen kann, das ist mir egal. Ich bin derjenige, der den Schaden nimmt. Du bist doch schlimm, Tom. Er ist wohl. Hei. Er ist so schlimm. Er ist so schlimm. Der ist so schlimm. Der ist so schlimm. Gehen wir mal dingeln und helfen? Äh, Botlin? Ah, ja und ja Ah, geklaut Woop Guck mal wer da top ist, ne Revin, ne Revin Ne Revin, ne Revin Äh, warte, warte, ich muss hier hinterher Verschwendung Ich hab auch immer geflasht Bist du, bist du, hallo, tschüss Bist du reingetraint? Bitten in der Aufnahme, also ernsthaft? Ja, jetzt mal ganz im Ernst, Alter, kannst du mich mal verpissen Und tschüss Ja, nein Vielleicht Minion Ja Hier, ne paar von denen Oder nicht Ervin ist so schnell tot Who cares? Loll Zwei Millimeter Sie hat keine Chance Oh, das ist das Der kann uns sehen, oder? Nein Fuck it Oh Gott, sind wir geboostet Nein Riven Ich hasse Riven Äh Sie sind geboostet, Alter Oh Gott Naja Okay, ich hätte das mit dir sprechen sollen Hast recht Ja Ja Das wär besser gewesen Ähm Ich weiß Weil du boostet Boosted Weil ein Feuer ist boosted Boosted bis zum Motor zurück Das ist zu wahr Ja Dann fahrten wir mal boosted Camp Ooooooh Jetzt was ich bin immer so freundbar Bekliver Ich hab keine Ahnung wie man Vorwik spielt Äh, ist auch gut so Niemand weiß wie man Vorwik spielt, aber trotzdem gewinnt ihr ja mit Vorwik Ich bin hauptsächlich für die CC da, okay? Aber du bist das, als fuck Ich schnüffle etwas Äh WIBL Macht sich Anunft versehen WIBL Herr hat遊serh Sommer Es ist schon Nähm Setzt drümmen Setzt drümmen was hast du für eine Grafikkarte Laptop? weißt du was du hast? ein Video GeForce GTX 2.60m du müsstest du auch Shadowplay haben ja, ich auch weißt du was du hast? fuck, oh Gott, ich pustet du bist so richtig schleißig, versteh ich gar nicht nein ach, ist egal, du bist eh lustig alles, alles, alles ich kann's dir erst jetzt schon noch mal raus Alter ist das? ja, ich weiß Alter, guck mal, wie lau die lau ist ich lau die Rampfer, Alter du lau doch du weißt, wie lau die Ische war? ich wünsche mir bei Chris noch mal meinen, äh Zipp noch mal hat ok, halt random Alter, wie weit der Blitzcrank einfach ist wie ist der so weit? weil der Blitzcrank einfach so rasiert ich meine, da steht 9-1 warte wie schnell ist kannst du, wie lange kannst du überleben? setz ein Wort, setz ein Wort hast du ein Wort? ja, ich weiß ja, was da in der war fuck ups was war das denn? oh du weißt, wie viel zu schnell ich lebe einfach viel zu schnell man versteht so, als super Schnellfall ist ich bin so lustig ich bin lustiger als ApoRed, ja? Alter Riven Julian ApoRed kann nur Thumbnaids klauen ja das stimmt leider also nicht leider, das stimmt einfach ja, scheiße, wenn nur Thumbnaids klauen kann der braucht schon guten Content, ich klau einfach hier alles ja, stimmt sogar macht ja ApoWack auch ApoWack ApoSpec 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 ok, die Riven muss hier erst weg die geht uns auf den Tiger äh NoFollowTeam, Report ja, ich war tot was machen alle die anderen? Blitzcrank, äh, Splitpush, aber die anderen sind alle irgendwie afk das wusste ja, hat man so einen Kippen, äh, von deiner Rastatur gehört und dann scheiß äh wer ist denn mal? fuck hier Schreibmaschinen oh mein Gott Mann, die Schreibmaschinen, ey Scheiße Schreibmaschinen ich komme von der Mann CSGO, kicke ich immer so für rum zu hat und wer ist denn auf der die 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 gepoliktet hab kein entkommen ich hab irgendwie den flash nicht getroffen als kassadin eine e-flash braucht oh gott ich hab legs nein nein geh weg vom turm geh weg vom turm das war den Sinn ja ich hab den train gesolot in ulter weapon fire doch wo der train ehrechts oh da ist ne laui laui pfff 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 ob der pff dass er Also Only Tank Nein 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 Weißt du was ich bin immer so fremd, benutzt einfach mal den hier Warte Wo ist der? Nein Nein APP Scream getbalanced Ich bin großer Wauber auf Ach komm gib mir auch den Nozco Ach man Wie lustig das Kassadin zu spielen Nein, ich hab vergessen, oh mein Gott, ich bin geboostet Warum flaschen Nice Pinks Ich hab meine ITEMS benutzen Ach man Was das? Was das? Zeig mal aber nicht Wollte nicht um eine Aufnahme Was? Tut die Reven Tut die Reven Oh leil Ist ja langweilig Von Lol Leil Ich hatte Ey Als ob er mir so viel damit macht Ok das AP guck mal kein Wunder Na ja Gigi Easy Das war's mit dieser Folge, wir sind uns zu erinnern Tschüss Dankeschön 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 Dankeschön